Ja, willkommen in unserer großen Weber-Abteilung. Wir grillen unheimlich gerne selbst zu Hause und natürlich haben wir das Hobby ein bisschen zum Beruf gemacht und uns so eine kleine Weber-Abteilung hergestellt. Ein Riesenausfall geht los bei unseren Kohlegrills hier auf dieser Seite, Christine. In verschiedensten Varianten, verschiedensten Größen. Wir haben die ganze Q-Serie da. Wir haben eine sehr große Auswahl an Zubehör hier hinten an der Band. Wenn man hier mal weitergeht, kommen wir langsam zu unseren Spirit-Modellen. Ganz geil, der neue iGrill. Das Thermometer fürs Handy funktioniert hervorragend selbst schon ausprobiert. Mein Steak war richtig gut. Dann die neuen Genesis-Modelle. Hier jetzt mal eine ohne Schranktür und dann die X-Serie mit Schranktüren. Und wir haben was vielleicht für viele Interessantes noch Restbestände von Auslaufsbildgeräten, so wie diesen hier zum Beispiel. Alle Geräte, die jetzt in 2017 nicht mehr aktuell im Katalog sind, verkaufen wir mit 20% ab. Vielleicht hat der jemand Interesse. Und wir sind natürlich auch Summit Händler. Also für die, die richtig auf die Kacke hauen wollen, ist irgendwie was im Weg, ne? Haben wir auch ein Summit Modell am Lager. Also Möglichkeiten ohne Ende. Und wenn ihr noch Lust habt, auf unserer Homepage könnt ihr auch sehen, wann die nächsten Grillkurs Termine sind. Meldet euch gerne ab, ein paar Restplätze sind noch frei. Weitere Infos unter info at horstschäfer.de und vorst ¡Handsgeräusche! So die war genau.